Herzlich willkommen zu meinem allerersten Unboxing auf diesem Kanal und was ich heute unboxe, das seht ihr jetzt sofort nach dem Intro. Ich habe ein Paket von Karls bekommen und wir haben ja schon im letzten Monat zusammen auf Instagram ein Paket von Karls ausgeräumt. Ich hoffe, euch stört es nicht, denn ich sitze hier draußen im Garten und ja, es plätschert ein bisschen, denn ein Gewitter zieht so langsam auf und ich bin gerade aus dem Disneyland wiedergekommen und dachte mir, da wartet ein Paket auf mich und das muss ich natürlich auch dann direkt auspacken und ich möchte euch jetzt auch nicht weiter vorenthalten, was dort alles drin ist. Also Karls sollte ja einigen von euch sicher schon ein Begriff sein, die Karls Erlebnisbeheberfahrt zum Beispiel in Rübershagen und es ist ja jetzt sogar eins angekündigt in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. Das ist gar nicht so weit von mir weg und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ja, beim Auspacken werden wir natürlich hier schon begrüßt, jetzt ist es soweit. Ihr könnt das sehen, das ist schon immer etwas ganz Besonderes, wenn ihr ein Karls Paket bekommt und ich sehe auch schon eine Änderung, eine große Änderung, denn bei meinem letzten Karls Paket wurde noch mit Stroh verpackt und jetzt sind es diese, ich glaube das ist Mais. Als allererstes packen wir die drei leckeren Dips zum selber anrühren aus, das ist einmal der Tomaten, mediterrane Tomaten Dip, einmal der Sour Cream Dip oder Sour Cream Dip und Aioli Dip. Die sehen so aus, von denen habe ich schon sehr, sehr viel gehört, bin echt mal gespannt, wie sie schmecken und werde das jetzt auch in den nächsten Tagen direkt mal ausprobieren. Ich denke einfach mal jetzt gerade zu der Saison, wo viel gegrillt wird, ist das ein Produkt, was zu Hause nicht fehlen sollte. Weiter geht es mit Kartoffelchips und das Tolle an den Karls Produkten ist ja, dass wirklich alles selbst gemacht ist. Also alles wird direkt von Karls selber produziert und ich habe hier einmal die Karls Chips Barbecue Broiler, die sehen so aus. Und als zweites die Karls Chips Sour Cream, die sehen so aus. Da bin ich schon sehr gespannt, weil man sieht es schon, die sehen komplett anders aus als die Chips, die ihr sonst so im Laden kaufen könnt. Ich möchte jetzt da keine Namen nennen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe heute Abend noch vor, einen Film zu schauen und da ist es genau das richtige Produkt. So, weiter geht es mit Karls Popcorn. Karls Popcorn mit Schokoboop, also Karls Schokolade, Schokobooppopcorn, so heißt es. Das hatte ich auch beim letzten Mal schon mal mitbestellt. Ist super lecker, total knackig und alleine schon das Branding von Karls finde ich mega genial, denn das Ganze ist hier in einem Glas verpackt, das könnt ihr ja schon hören. Und überall seht ihr auch dieses Karls Branding, also das Karls Logo drauf. Das ist schon was anderes nochmal, als wenn man es woanders kaufen würde, finde ich. Was besonderes eben. Weiter geht es mit Löffel Eierlikör. Also ich bin ja auch ein absoluter Eierlikör Fan und ich finde Erdbeeren und Eierlikör, das passt super gut zusammen. Und Erdbeereierlikör und Vanillesauce, nicht Vanillesauce, sondern Vanilleeis, das ist die richtige Kombi. Und gerade jetzt, wir haben eine Erdbeerzeit, also es geht ja gerade erst so richtig los, da darf sowas nicht fehlen. Das hier ist aber Löffel Eierlikör, was das genau ist, weiß ich auch noch nicht genau, was man damit macht. Ob der aufs Brot kommt oder ob man den einfach so, also einfach nur ein dickerer Eierlikör ist. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und ja, es ist noch ein anderes Produkt da drin, was sich glaube ich damit ganz gut ergänzen wird. Weiter geht es mit Lutschern. Erdbeerlutscher und ich kann euch sagen, die hatte ich auch beim letzten Mal schon, die schmecken tatsächlich so, als ob ihr eine frische Erdbeere im Mund hättet. Das ist total Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wie Karls das macht, aber die schmecken so genial, das schwöre ich euch. Und ja, ich bin absolut nicht der Lutscher Fan, weil die mir meistens immer zu künstlich schmecken. Aber ich dachte mal, die musste einfach mal ausprobieren, weil auch die Karls Bonbons, die kann ich auch super empfehlen. Die schmecken auch schon so intensiv und so aromatisch, da können die Lutscher gar nicht schlecht sein. Und da habe ich mich wirklich nicht getäuscht, deshalb habe ich die jetzt schon nachbestellt. Also eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Karls Lutscher Erdbeere, super lecker. Erdbeerpur, das sind Weingummis, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die sind auch selbst gemacht von Karls, haben auch die Erdbeerform, kann man glaube ich ganz gut erkennen. Ich möchte sie jetzt nicht aufmachen, ich muss sie jetzt einfach mal aufmachen. Und es riecht wirklich so, als ob ihr frische Erdbeeren vor euch hättet. Und ich muss jetzt einfach auch, ich kann jetzt gar nicht anders widerstehen, muss da jetzt auch mal eins probieren. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen, aber sie machen es auf jeden Fall richtig. Ist weicher als normaler Weingummi, aber dafür viel, viel aromatischer. Also wenn ihr die roten, ich möchte jetzt gar nicht den Namen nennen, ihr wisst es, die Beeren, die roten mögt, dann ist es glaube ich der heilige Gral für euch. Ich muss jetzt ein bisschen hier rumwühlen, um zu schauen, was ich noch alles gekauft habe oder bestellt habe. Den Karls Klötenkömm. Ja, ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Name, aber das ist ein ganz normaler Eierlikör. Und den habe ich auch beim letzten Mal schon mitbestellt und den hat mir meine Mutter einfach weggenommen, weil sie auch ein absoluter Eierlikör-Fan ist. Und ich war jetzt ein paar Tage im Urlaub, bin dann nach Hause gekommen und ja, der Klötenkömm war leer. Es war kein Eierlikör mehr da. Und jetzt habe ich mir noch mal einen bestellt und es ist auch noch eine zweite Flasche mit dabei. Die gebe ich dann meiner Mutter auch natürlich für den Zweck, für Erdbeeren, für Vanilleeis und ja, wie eben schon beschrieben, hier zu diesem Produkt passt es einfach ganz gut. Aber wie gesagt, da bin ich echt mal sehr gespannt. Jetzt muss ich ein bisschen wühlen, denn zu Karls, was natürlich, glaube ich, irgendwie das, ich möchte jetzt nicht das Alleinstellungsmerkmal sagen, sondern das Produkt ist aus dem Karls Shop und zwar die Erdbeermarmeladen. Jeder, der Karls Erdbeermarmelade getestet und probiert hat, wird nie mehr eine andere Erdbeermarmelade essen. Das kann ich euch wirklich spüren. Die sind dermaßen lecker, die sind dermaßen aromatisch, nicht zu süß. Sowas von, ich kann das ganz, ganz schlecht beschreiben, also ihr schmeckt wirklich pure Erdbeere und das ist wirklich total krass. Und bei jeder Bestellung, die ich bis jetzt bei Karls gemacht habe, musste neue Erdbeermarmelade mit dabei, weil ich finde, es ist auch einfach ein mega schönes Geschenk. Das ist nichts, was ihr einfach so im Laden kaufen könnt, sondern ihr bekommt es ja tatsächlich nur bei Karls vor Ort, also wenn ihr dann in einem Erlebnisdorf seid oder direkt im Karls Shop. Also von daher, wenn ihr bei Karls bestellt, auf gar keinen Fall eine Bestellung tätigen, ohne Marmelade dazu bestellen. Ich wühle ein bisschen weiter hier, ich muss mich noch darauf konzentrieren, in welche Kamera ich genau schaue und habe hier zwei Flaschen Karls Erdbeerbrause bestellt. Ja, sowas gibt es auch. Erdbeerbrause, natürliches Mineralwasser, Zuckersirup, Kohlensäure und Erdbeersaft. Die müssen natürlich direkt in den Kühlschrank. Und ich denke auch abends zu grillen, kurz danach oder mittags nach der Arbeit. Das ist schon was ganz Besonderes. Und auch hier finde ich einfach mega genial, dass es alles Karls gebrandet ist. Und das, wie gesagt, das macht es sowas von einzigartig und ist nicht einfach ein Produkt, was man so einfach im Laden kaufen kann, wo man dran vorbeiläuft, sondern wirklich was Besonderes. Jetzt muss ich schon ein bisschen wühlen, um zu schauen, was ich da noch habe. Und ich fühle schon was, und zwar das Karls Erdbeerduschgel. Ich schwöre euch, es ist dermaßen krass. Ich mache es jetzt einfach nochmal auf. Es riecht so intensiv nach Erdbeere. Wirklich, als ob ihr Erdbeeren genommen hättet. Ihr hättet daran rumgematscht. Also, ihr kennt das so mit einer Gabel. Ein bisschen mit Wasser vermischt. So riecht das. Das riecht wirklich original nach Erdbeere. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man das so gut hinbekommen kann. Ich schwöre euch, so ein fruchtiges Duschgel habt ihr noch nie gerochen. Und es ist nicht das einzige Duschgel, was Karls anbietet, sondern es gibt auch noch andere, ich möchte jetzt nicht Geschmacksrichtungen sagen, wie sagt man da, Varianten vom Duschgel auf gar keinen Fall entgehen lassen. Auch das ist für mich so ein Mussprodukt, weil auch nach der Arbeit, man ist durchgeschwitzt, man kommt nach Hause und duscht sich kalt ab, möchte ich dann so ein bisschen abseifen, dann ist genau das, das Duschgel, was ihr benutzen solltet, weil es ist so mega frisch. Das war es dann tatsächlich schon. Der Karton ist leer. Ich habe hier gerade noch etwas entdeckt, und zwar eine Karls Bastelanleitung. Es ist so, dass diese Maisstärke, wie nennt man sie, Puffer, verschiedene Farben hatten, und ihr könnt daraus eine Erdbeere bauen. Ihr könnt es hier sehen, für den grünen Teil, für die Erdbeere etwas Rot und natürlich für die Kerne etwas Geld. Also da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, bastelt da einfach mal, was das Zeug hält. Es muss ja keine Erdbeere sein, bastelt einfach den Eiffelturm oder eine grüne Wiese mit einer Sonne und einem roten Haus. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Ich bin froh, euch da verkünden zu können, jetzt, ich habe es auch schon bei Instagram eh getan, dass ich offizieller Karls Markenbotschafter bin und das auch regelmäßig jetzt hier euch Produkte aus dem Karls Shop zeigen darf. Bei Instagram mache ich das ja eh schon und viermal im Monat werde ich immer jeweils für 24 Stunden einen Sparkode auf meiner Instagram-Seite ankündigen und den dann da auch hochladen. Also wenn ihr den nicht verpassen wollt, wenn ihr 10% sparen wollt bei eurer nächsten Bestellung, dann folgt mir bitte auch auf Instagram und am besten auch direkt Karls. Damit verpasst ihr dann keinen Produktcode mehr und könnt dann 10% bei eurer Bestellung sparen. So, ich stelle jetzt alle Produkte nochmal auf und zeige sie euch dann nochmal ganz kurz im Überblick. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns dann demnächst wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.